Ja, dann freuen wir uns ganz herzlich. Erstmal herzlich willkommen zu Frau Nahles und Damen und Herren. Das ist eine gemeinsame Option von Omnibus für direkte Demokratie und von Mehr Demokratie e.V. anlässlich der Einführung bundesweiter Volksentscheide. Frau Nahles, Sie wissen vielleicht, unsere beiden Initiativen gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten. Wir setzen uns kraftvoll dafür ein, die direkte Demokratie in Deutschland, in den Bundesländern und vor allem auf Bundesebene durchzusetzen. Und wir wollen jetzt heute über 100.000 Unterschriften für die Einführung der bundesweiten Volksabstimmung übergeben. Erstmal wollen wir uns ganz herzlich bedanken, dass Sie auch das Thema ja schon mal öffentlich angesprochen haben im Vorfeld, diese Aktion hier. Wir hätten uns natürlich auch darüber gefreut, wenn direkte Demokratie-Volksentscheide auch in dem 10-Punkte-Beschluss der SPD, des Konventes, schon aufgetaucht ist. Der ist jetzt nicht drin. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass Sie, natürlich die SPD, sich in den Verhandlungen mit der Union kraftvoll dafür einsetzen, dass wir das endlich hinbekommen, dass der Artikel 20 des Grundgesetzes auch mit Leben gefüllt wird. Alle Staatsgewalt geht von Volke aus. Ganz herzlichen Dank, Frau Nahles, dass Sie im Namen der SPD und natürlich auch im Namen aller Bundestagsabgeordneten diese Willenserklärungen von 100.000 Bürgern entgegennehmen. Und da ich einfach in der großen Hoffnung lebe, dass unsere Bundestagsabgeordneten auf dem Boden des Grundgesetzes arbeiten, wünsche ich mir einfach, dass es auch jetzt, was den Artikel 20.2 angeht, nämlich alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird in Wahlen und Abstimmungen, dass das jetzt endlich mal realisiert wird. Es steht seit 1949 bereits in unserem Grundgesetz drin, aber das Abstimmungsgesetz haben wir bis heute nicht auf Bundesebene. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn das in dieser Legislaturperiode endlich einmal Wirklichkeit werden können, damit auch die Initiativkräfte der Menschen sich endlich in diesem Land auch mal entfalten können und auch in Zukunft Fragen entschieden werden können, die unsere Volksvertreter alleine gar nicht mehr entscheiden können, weil sie da natürlich anderen Kräften ausgesetzt sind, denen wir in dem Maße nicht ausgesetzt sind, wenn wir alle gemeinsam entscheiden. Jetzt die Unterschriften aus Ihrem Wahlkreis. Also aus meinem Wahlkreis. Aus Ihrem Wahlkreis, die sind doch drin. Das freut mich, ja. Und in den Kartons verbergen sich jetzt auch die Unterschriften für alle anderen direkt gewählten Kandidaten im Deutschen Bundestag. Wir werden diese Unterschriften auch gleich der Poststelle übergeben, sodass die erste Post in diesem Jahr für die Bundestagsabgeordneten eben die Willenserklärungen aus Ihrem eigenen Wahlkreis sein werden. Ja, erstmal vielen Dank auch an die Initiatoren. Ich habe mich gefreut, auch schon im Wahlkampf Plakate zu finden, die auch auf diese Forderungen, die wir seit vielen Jahren auch verfolgen und die auch in unserem Grundsatzprogramm enthalten ist, dass das überall auch sichtbar war. Hier in Berlin bin ich jedenfalls öfters darüber gestolpert und ich möchte mich auch bedanken, weil ich weiß, wie mühevoll es ist, so viele Unterschriften zusammenzusammeln, speziell wenn man nicht über hauptamtliche Apparate in größerem Stil verfügt. Das finde ich sehr lobenswert. Insoweit bedanke ich mich auch für den Impuls, den Sie geben. Ich kann nur sagen, wir selbst sind willens und entschlossen, das in den Koalitionsvertrag mit reinzubringen. Meine Beobachtung ist, dass es vielleicht zum ersten Mal Bewegung gibt auf der Seite der bürgerlichen Parteien CDU und CSU, die bisher ja der wesentliche Bremsklotz hier gewesen sind. Ich denke, mehr kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt, da wir noch nicht mal begonnen haben mit den Koalitionsverhandlungen, nicht sagen. Aber mein Eindruck war, dass zumindest in den Sondierungsgesprächen das Thema angesprochen worden ist bereits. Es war bisher da schon Thema und es gab Themen, wo es mehr Probleme gegeben hat als bei denen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass wir jetzt ein großes Experiment mit einer halben Million Menschen in unserer eigenen Partei haben. Das hat bei uns auch intern sehr viele Diskussionen ausgelöst, zum Beispiel, wie man das ganz konkret macht. Macht man das jetzt mit Ohnenwahl in den Ortsvereinen? Und wir haben uns jetzt entschieden, eine Briefwahl zu machen, sodass wirklich sichergestellt ist, egal wo in Deutschland, wie alt man ist, ob man gehbehindert ist oder was auch immer für Gründe da sind, vielleicht die einen hindern könnten, dass wir das alles ausschließen, indem wir wirklich jedes Mitglied anschreiben. Und ich betone allerdings in dem Zusammenhang, dass wir uns entschlossen haben, zu sagen, nur jedes Mitglied. Weil es ist eine ureigene Frage, mit welcher Partei wir koalieren, die eben an die Mitglieder geht. Und das wollen wir übrigens auch nutzen, weil wir an das Instrument der Beteiligung glauben. Und der Entscheidung direkter Demokratie, das wollen wir auch nutzen, um Mitglieder zu werden. Das sage ich ganz offen, weil wir glauben, dass das etwas ist, was uns auszeichnen kann, was etwas Positives ist und was wir deswegen auch so umsetzen wollen. In diesem Sinne werde ich das mitnehmen. Ich werde das auch diskutieren bei uns in der SPD-Verhandlungsgruppe. Ich werde das aber auch mit der CDU-CSU diskutieren und wir alle werden es in den Koalitionsverhandlungen diskutieren. Und ich hoffe, wir können uns dann schon in absehbarer Zeit gemeinsam freuen. Wir werden gemeinsam freuen, dass es gelingt, doch auf Bundesebene so einen Volksentscheid möglich zu machen. In diesem Sinne wünschen wir uns alle viel Erfolg.